Oh, es wird hier wieder gerappt wie die Deppen. Na, wollen wir mal gucken, wer rappt denn diesmal? Aria gegen Jen. Wer auch immer diese Leute sind. Tja, und da hat's Aria verkackt. MC Jen Jen hat sie alle umgerockt. Tja, tut mir leid. Aber mal gucken, wer rappt denn noch alles? Aria versucht ihr Glück nochmal gegen MC Monty. Frag mich nicht, die nur, es wurde so vom Spiel entschieden. Also mach's dir bequem. Deine Reime machen schläfrig, meine Reime machen wach. Ich reime bis du weinst und dann steig ich dir aufs Dach. Oha, hier wird's aber hart so. Hier wird hart gedisst. Hier fliegen die Fetzen, Leute. Hier fliegen die Fetzen. Deine Reime auf Deck schlagen, jedes Rot leck. Oha, Aria holt aus. Bin ich rein, geht die Post ab, weil ich's eben schenke. Und Greedy kontert. Und sie legt nach. Meine Beats sind präzise, meine Reime sind nach. Aber Aria gibt nicht auf. Oha. Oha. Wird MC Monty noch gegen ankommen? Dein Teil trägt den Namen Unfähigkeit. Bis dein Rexlob brauchst du viel zu viel Zeit. Alter, MC Aria und MC Monty geben sich aber echt die Ehre. Wenn ich einmal recke, reckt der Saal bald im Kurs. Meines Teils entstehen im geheimen Reime-Labor. Alter, die geben aber auch nicht auf, die beiden, ne? Wenn ich reime, dann reime ich auf Autopilot. Für einen wie dich braucht man Reimeverbot. Alter, genau. Hashtag Highlight, auf jeden Fall. Müssen wir auch als Highlight haben. Du wirst dich fast so an die Milch ohne Rahmen. Alter, die legen die aber los. Mein Floor ist für jedes Ohrheinster Balsam. Oha, oha. Hier haben sich die Rap-Giganten gefunden. Ich schicke dich nach Hause zu deinem Buckenhaus. Und MC Greeny gibt auf. Aria ist die erfolgreiche Gewinnerin des Battles. Herzlichen Glückwunsch. Ein harter Tiss. Niemand Tiss so hart wie Aria-Schatten. Nice, nice, nice. Habt ihr gut gemacht, ihr zwei. Und da träumt sie. Wovon Greeny wohl träumt? Weißt Bescheid? Oh mein Gott. Was ist das? Aria, beobachtet euch. Tja, und jetzt ist unsere arme Greeny traumatisiert von Aria. Das muss mit ins Highlight. Das ist klar, dieser Traum, ne? Greeny traumatisiert.